Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Nummer 5! Alter, soviel zu, ich bleibe stehen, Sepp, ja genau! Ich stand hier neeeben, aber ja... Ich hab dich bewegen gehört! Ich habe mich bewegt. Ach so! Wenn ich damit rechne, dass Jonathan so lange braucht, bis das... Ja, aber das hat er doch gesagt! Das hab ich nicht gehört. Sepp cheatet, natürlich. Sepp cheatet wieder direkt. Dann geht ihr ja gut los! Was, das ist ein Einzelschuss, was für Scheiße? FAL, Peter, immer noch. Ja, was weiß ich. Hab ich nicht drauf geachtet und ich war so aufgebracht, weil ihr euch schon wieder so angeschrien habt. Oh nicht, was hier los ist. Das ist der Puls nicht unverteilhafte Vorteile... Äh, unfaire Vorteile! Ey, drei Leute kommen da aus ihren Löchern raus, oder was? Mann! Okay... Kann man nicht auf alle da schießen? Oh, das ist gerade keine gute Sicht. Wo ist denn hier... Der Weg? Deine Sicht? Ah, die nee. Hä? Als wenn du ohne Ziel... ...gegen ne Shotgun gewinnst, Alter. Ich bin so schlecht... Ich hab so Scheiße geschossen. Ich hab mich einmal getroffen. Das gibt's ja nicht, ey. Ja, Jonathan, hast du im Haus davon? Ne, das bin ich. Scheiße! Du hast auch nicht einmal getroffen. Nee. So ne Kacke, ey. Oh, lol! Ah, hab ich mich erschrocken. Wieso hör ich überall alles? Das war jetzt... Das war mal Christian hoch. Der Gewinn. Nee, 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 nee. Dieser hat aber auch nur noch einen Schuss gebraucht. Oh Gott, das hat kein Schuss mehr. Mein Zaun ist völlig am Arsch. Hä? Scheiße. Junge! Was ist das denn gewesen jetzt für eine Aktion? Wir haben uns gleichzeitig gesehen. Ich hab auf Christian geschossen. Das ist blöd! Oh, die schafft ja zack wirklich. Warum ist das Kreuz voll? Ja, ich bin halt da wieder gespawnt, wo du mich kaputt gemacht hast. Was soll ich machen? Ich hab einfach 360 Grad. Oh, jetzt mach ich eh erstmal keine Kills, Peter. Also alles gut. Ah, come on! Das war jetzt schon. Come on! Oh Gott! Frech, ey! Okay, was ist mit meinem Audio los? Dein Auto? Ich höre einfach alles überall. Ja, hallo? Egal wo ihr schießt. Ja, dann hast du viel zu laut eingestellt vielleicht. Musst du leiser machen. Dann verstehst du vielleicht auch uns. Rechte Schulter, linke Schulter und so. Was ist denn rechte Schulter, linke Schulter? Ja, Engelchen und Teufelchen. Oh Gott. Ich höre schon wieder hinter mir einfach. Eine Mutter ist Engelchen und Teufelchen. Aua! Boah, da durch die Mitte da zu laufen. Ja, komm, gar keine Schnitte, alter. Pff. Neu. Der ist ja 10 vor 10, der Spot. Null! Ja, genau! Ha, 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 ha! Dich habe ich gut gehört, Sebastian. Das ist so... Ach, Peter, du wirst dich ernsthaft oben auf... Ne, Moment. Wie viel Snake! Oh, den hat der mich gemacht. Scheiss, Charlie. Ah, ha, ha, ha! Ja, Peter, wenn man... Du kannst doch nicht die ganzen Tage an derselben Stelle bleiben. Das wäre ja... Ich dachte, mich hätte da keiner gesehen. Weißen? Oh mein Gott. Ich dachte, mich hätte keiner gesehen. Okay, er hat sich selber getötet und mich dadurch gefiedelt. Ne, ne. Hui! Oh, what? Hab dich gehört. Gejumped, kleines Häffchen, yo. Okay, da waren wir. Super strange. Wo seid ihr Fickers? Guck mal. Oh, die Pistol ist... Glaub ich... Vielleicht ist die... Null! Scheiße. Was ist jetzt an, Lucky? Hä, wo war er? Oh, hallo! Oh, nee! Das ist scheiße! Nee, nee! Ich brauch nur noch... Ja, komm mal her! Nee! Das ist so fair! Seid ihr? Er ist weggerannt. Ja, natürlich! Er ist einfach weggerannt. Wo liegst du jetzt? Du wieser Finger! Das war so klar! Warum kommst du denn wirklich hinterher hier denn? Du hättest von Anfang an schießen sollen, ich brauchte nur noch einen Schuss oder so. Ja, okay. Ach, die Waffe ist doch nur... Wie lange muss man denn damit ran, ey? Das war einfach richtig dumm. Also die Origin 12, die können die gerne wieder haben. Die ist echt scheiße. Hä? Da sind wieder überall Schritte, Alter! Oh, man! Nehmen wir aufhören zu schießen. Oh, what?! Oh, lol! Den Fenster hab ich ihn gemacht! Wer ruft mich denn jetzt an? Ich kann nicht und ich will nicht! Lol! Hä? Ach komm, deine Mutter, ey! Hast du deinen Sound gefixt? Nein! Ich drück mal F10! Finde ich gut! Dann ist der Sound auf jeden Fall nicht mehr so schlimm! Ja, stimmt! Dann ist er weg! Ich weiß halt auch nie, ob er auf mich geschossen wird oder irgendwo schießt! Hä? Nix da! Nix da! Junger, was passiert hier? Oh! Guck dir da! Was ist das denn? Oh! Du Ficker! Alter! Schießt du mir auf mich! Mann und endlich Schüsse! Was ist das denn? Eine Wichswaffe! Ja, eigentlich ganz okay! Müsst ihr eigentlich so viele Schüsse reingetackert haben? Keine Ahnung, wo er sei! Attacke, attacke, attacke! Ah! Ah! Kreuzfeuer! Mann, ich hasse Kreuzfeuer! Yo! Oh! Rückschuss! Peter oben links! Ah! Über dir! Oh! Ich seh ihn nicht! Er ist doch runtergesprungen hinter dir! Ich hab hinter mir geguckt! Jetzt schießt du mich gleich wieder ab! Hinter dir, Peter! Ah! Wirklich hinter dir! Ah, wahr! Junge, was? Hä? Ja! Ah! Alter! Was? Ey, immerhin sind Beschüsse eingeschlagen! Hä? Ja, ich hab auch auf dich geschossen, aber du standst halt oben! Ah! Ja! Das ist nicht hinter mir! Das war richtig creepy! Ach komm, du Nudel! Das war unangenehm! Ja! Ich war da drauf! Also Dreierkill nehm ich gerne mit! Lol! Danach kommt die Crossbow! Oh ja! Wir sind alle recht nah beieinander, wa? Bullshit! Absoluter Bullshit! Das ist schlecht! Wenigst die Schotty weg! Oder was auch mal das war! Oder was auch mal das war! Das ist doch voll gut, die Shotgun! Die Winchester! Oder hinten sitzt wieder einer auf der Mauer! Problem ist! Ich wollte grad sagen, ihr seid doch jetzt alle drin! Ja! Ich bin auch froh, dass du auch gestorben bist! Weil die... Die explodiert, glaub ich, danach erst! Ja, genau! Die braucht ein bisschen Zeit! Als ob ich dich nicht getötet hab! Doch! Doch! Die explodiert nicht, Jay! Das ist so ein Brennzeug! Ah! Sticks quasi da einen mit! Oh Gott! Nein, hab ich mich ja schlug! Mach nochmal den Crossbow wieder! Ach du bist so ein Muren! Der hat getroffen! Der hat nicht getroffen! Der hat nicht getroffen! Bullshit! Und der hat nicht getroffen! Jetzt bin ich aber weg! Das ist schlecht! Jetzt kam Sepp von hinten! Oh, Scheiße. Nein, nein. Oh, Peter. Nein. Nein. Ich hab doch noch den Scheiß oben. Der ist neben mir. Nein, der hat mich getroffen. Oh, Peter hat mich getroffen. Nein, Peter, du Lappen, ey. Aber fickt euch. Du bist so ein Lappen. Ich würde hier voll vor den Messern leuten. Was lässt man sich denn da so platt machen? Ach, komm, deine Mutter. Zu Recht, Letzter. Guck mal, da oben steh ich. Ja, du hast irgendwie vier Messer auf mich geworfen und alle daneben. Zwei. Nee, mindestens drei. Nee. Das ist jetzt so eine Verhandlungssache. Ich hab zwei Messer, hat man. Ja, aber die kommen doch wieder, oder? Nee. Warum hast du 16 Abschüsse? Ja, du hast gemessert. Ich hab wieder gestorben. Krass. Das ist ja auf Englisch. Verlassen. Leute, da ist das. Scheiße. Ich hör schon wieder alles überall. Ja, okay, du hast ja auch nichts geändert. Warum solltest du das jetzt machen? Ja, doch, ich hab ein bisschen was geändert. Das hab ich auch nicht verstanden, Jay. Du hast früher geschossen. Aber hey, jetzt hört mich nicht, wenn ihr schießt. Ich bin jetzt an dir gespawnt direkt. Ja, aber du hast früher angefangen zu schießen und du hast auch nicht hoffen eigentlich. Ja, aber scheinbar nicht gut. Ah, nee, alles gut. Ah ja, da läuft einer rein, da läuft einer rein. Überall laufen sie rein. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Oh, du bist... Ich hab dich gehört. Was soll ich denn machen? Alter. Dann setz ich mich noch da hin, Peter, und warte, dass du reinkommst. Ja, das ist gute Ohren. Ich hab meinen Sound halt gut eingestellt. Das ist nicht die Waffe dafür. Nein! Oh, jetzt... Peter stand da hinten am Ende des Ganges. Am Ende des Ganges? Und der hatte die Shotgun und ich nicht. Das war echt ein Vorteil. Deswegen hab ich mich dazu entschieden, die Zeit nicht zu suchen. Oh, die killt aber langsam, ey. Ich musste noch die Waffe wechseln, weil ich Chris gekillt hab. Ah, ah. Kann ich hier drauf? Oh, da ist ein Gegner. Hm. Das lief ja jetzt nicht so, wie ich mir das... Ah, guck, guck! Was ist das für eine Waffe? Oh, Mann. Seid ihr Fotzen. Alter, Peter. Gönnt mir halt Headys. Weich drauf, ne? Alter, überall steht irgendwer rum. Das gibt's doch gar nicht. Ich hatte ne Sniper, Alter. Oh, Gott! Alter, ja moin! Ich hab mich voll in die Wurst... Oh, ein Schuss? Das war aber wenig. Wieder die falsche Richtung. Ach, komm. Scheiße, Jason in der Mitte. Der ist auf den Ratten rum. In der Mitte zur Titte. Zum Sack. Auf X. Zack, zack. Was hat denn? So geht das? Ah, Joll! Das ist ein Einzelschuss, Renetti. Wann ist die Renetti denn? Einzelschuss? Dann mein Mann. Trrrr. Gut. Was ist das für ne Kackwaffe, ey? What the fuck? Komm mir nicht mehr klar. Was hast du denn? Boden. Huh? Nee, weg! Ach komm, deine Mutter! Nee, das ist beim Raketen. Oh, da hinten steht einer. Ich hab ne Shotgun. Das geht so nicht. Nee. Ei! Ich hab getroffen, wie frech. Das kann ich halt nur machen. Ich hab auch getroffen. Wie frech. Ich hab auch getroffen. Aua. Ach man, nicht. Da kommt Christian. Hey, deine Mutter. Ihr habt beide nicht mehr so viel Leben gehabt. Kann das sein? Ich hab halt 17 Daten geschossen. Bullshit! Ich hab mindestens geschossen. Du hast bei mir gar nicht geschossen. Ja, bei mir. Hasing. Ja. Ja, in der WLAN. Wow! Stirb! Das ist mir in C.R. Übrigens ein paar Mal aufgefallen, glaube ich, in der Beta, dass du schießt, der Gegner auch. Und in der Wiederholung, wenn du dich wegmachst, schießt du nicht. Autsch. Wir hatten aber auch ein Spiel, wo wir uns gegenseitig weggemacht haben. Ei! Brech! Das ist so Schmutz einfach. Was denn genau? Die Tür hat doch gehört. Der wird doch gerade sagen. Junge! Ich hab doch weh gehört! Ich hab doch weh gehört, ey! Das ist das Scheiße! Oh, da waren direkt zwei hintereinander. Das ist doch Müll. Komm mal wieder zurück. Oh, ey! Oh, ey, ey, ey. Als ob dein Auto jetzt dich nicht getötet hat. Das war nicht so gut von mir. Ach, da kommt der von außen von hier. Warum hab ich hier 40er-Ping? Was soll der Scheiß? Ich werd hier... Ich stattere. Ich stattere? Ja. Ist nicht gut. Oh, nein! Was? Die hat dich... Die ist durch deine Eier durchgeführt. Jedes Mal! Jedes Mal mit der FHL! Jetzt geht es mir nicht mehr so gut. Wo bist denn du jetzt hingegangen? Oder bist du genau noch an der Stelle? Ich bin ja noch an der Stelle. Du gämst doch da irgendwo weg, ey. Ach, Peter. Das war so klar. Das war so klar. Deswegen geh ich da auch nicht... Oh! Mann! Natürlich laufe ich dem voll... Jetzt fielst du selbst auch noch die Gegner da hoch. Okay. Gerade läuft. Geht doch, Alter, ey. Aber... Ich wollte mich... Du bist so ein Fischkopf, ey. Du bist der Fischkopf! Ja, was? Zeig dir was. Hast du nur die Tür aufgemacht, du Hura? Ja, ich hab nur die Tür aufgemacht. Oh, oh. Oh, oh. Gebetet. Nein! Hey! Ach, Christian. Ist hier einer! Das ist der Fehler! Mann! Ja, Mann. Alter. What? Wie konnte der denn links in die Tür gehen? Oh, shit! Wie kann man sich nur so wegmachen lassen? Wie kann man sich nur so wegmachen lassen? Das ist so eine Frechheit! Das tut aber gut jetzt hier. Das ist so frech! Oh, nice, Peter. Okay, da war aber auch ein nicer Shot, dass du da noch so schnell rübergezogen hast. Wo war denn da jetzt die Frechheit? Guck mal, Peter hat das Fenster gesprungen. Naja, man hat nicht, du hast schon den, ähm, als die, als die Todescamp begann, hast du schon den Schaden gesehen und ich stand vor ihm und hab ihm mit der Shotgun in die Fresse geschossen. Ja, das stimmt. Der hat einmal hier einen Schuss abgedrückt. Und ich stand halt wirklich nicht weit weg. Das ist einfach nur frech gewesen. Ja, frech. Das hast wohl nicht ganz genau getroffen. Ja, dann machen wir wieder Folge Gun Game. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Haut rein. Ciao.